Hey Fans, wir haben jetzt am Freitag unser letztes reguläres Spiel in Biedigheim und es wird auch mein letztes Hauptrundenspiel für die Steelers sein. Ich freue mich wirklich, dass ich so eine wunderbare Zeit erleben konnte, auch noch getoppt von einem absolut unglaublichen Jahr. Es wird mich riesig freuen und ich glaube, das Team hätte es auch verdient, wenn ihr alle nochmal in die Halle kommt, uns anfeuert und vielleicht, hoffentlich klappt es dann, dass es nicht das allerletzte Spiel in Biedigheim in unserer Arena ist. Bis dann!